Liebe Musikfreunde, ich habe euch gerade vorgestellt, zum guten Morgen, da habe ich am Anfang gesagt, das ist ein Akkordienstück. Da haben wir liebe Grüße geschickt an Herrn Josi Burnik nach Slowenien und zufälligerweise habe ich heute mein Akkordien mitgenommen. Jetzt habe ich es mit der Steirischen und die Lernvideos dazu gemacht und jetzt spiele ich es mit dem Akkordien nochmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Lernvideos Die Lernvideos Die Lernvideos Die Lernvideos So, das war jetzt eine kleine Überraschung. Guten Morgen, habe ich ja vorher schon gespielt und jetzt haben wir ein bisschen umgedreht und habe es ein bisschen gespielt mit dem Akkordien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Christian.